So, Waffen werden produziert, meine Energie ist knapp. Ja, das ist unser Hauptproblem. Naja, reicht erst mal. Okay, wir brauchen jetzt wirklich ein Antibiotikum. Wie gehen wir da ran? Irgendwas in unserem Kontor. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Nehmen wir das mal. Und hier haben wir sogar noch Bauzellen. Das erfahre ich erst jetzt. Wo müssen wir hin? Da oben hin. Okay. Keine Sorge, ich hole uns aus der Finanzkrise raus. Keystro Island wird zurückkommen. Erstmal brauche ich aber Fisch. Ganz viel Fisch. Leider entwickeln die sich hier einfach nicht. Na, wir brauchen einfach hier jetzt erst wieder Fisch. Und dann, denke ich mal, wird es auch wieder bergauf gehen. Halt viele Krisen zur Zeit. Och, komm. Rüber damit. Und jetzt schnell. Na, dann erforschen wir doch mal. Alles klar. Und, kriegen wir wieder Fisch? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, komm. Ähm. Machen wir gleich mal welche hin. Und noch hier verbinden. Und hier noch verbinden. So. Wir haben wieder Fisch. Ein Problem gelöst. Bilanz. Schrecklich. Ich brauche einfach mehr Geld. Mehr, 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 mehr Geld. Und wir brauchen mehr Bewohner. Und zwar von der nächsten Partei. Den Ecos. Die Zahlen nämlich ordentlich steuern. Okay. Fangen wir mal an. Mit dem Häuser bauen. Obwohl. Bevor ich baue. Erst denken. Dann bauen. Wir brauchen ja so Sachen wie eine Konzerthalle. Könnten wir hier hinsetzen, denke ich mal. Wäre am besten. Registriere Energieknappheit. Energieknappheit. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. So. So. Energie erstmal wieder im grünen Bereich. Jetzt Häuser. Wir brauchen Häuser. Nicht genügend Baumaterialien. So ein Mist. Aber jedes Haus müsste jetzt hier versorgt sein. Wir müssen gucken, dass wir die hier auf den Damm kriegen. Denn erstmal brauchen wir Geld. Ganz wichtig. Sonst geht hier nämlich gar nichts mehr. Wie bringen wir die dazu, dass sie sich entwickeln? Okay. Der Fischer holt sich langsam. Schauen wir mal rein. Tee haben wir mehr als genug. Ist mir klar. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Wie? Wieso kommen die nicht ran? Hier ist doch das Gemeinschaftszentrum. Die beiden nur nicht. Okay. Moment. Machen wir es mal so. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Kommt der jetzt in der Mitte dran? Kommt der dran? Hm. Sag bloß. Der eine kommt nicht dran. Aus irgendeinem Grund. Ah. Okay. Bauen wir mal weiter. Wir brauchen nämlich unbedingt... ...noch mehr... ...Bürger. Okay, schon wieder kein Baumaterial. Ich hoffe irgendwie, wir kriegen das hier nochmal hin. Na, das eine hier, das fängt sich irgendwie nimmer. Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise... ...müsste das hier gehen. Okay, die wollen Getränke. Schauen wir mal, dass wir die Mission weitermachen. Und zwar müssen wir ja Carbon abliefern. Wo finde ich das? Hier. Dann bringen wir das mal schnell da oben... ...zu unserer Frau Doktor. Okay, der Laden läuft. Der hier aber nicht. Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Na, die Bilanz, die wird langsam etwas besser. Lager leert sich. Wir brauchen wirklich noch mehr Fisch. Was haben wir dann? Oh, das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Haben Sie alles in die Wege geleitet? Ich kann nicht länger warten. Ja, und ich stehe unter Stress. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Okay. Die Schutzmechanismen sind eingerichtet. Nun müssen wir ein Antivirus entwickeln... ...und in die befallenen Systeme einschleusen. Aber das kann ich nicht. Nicht allein. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Zucker und Kaffee, um Energydrinks herzustellen. Energydrinks, aha. Ich wusste immer, darin liegt die Lösung der Menschheit. So, was haben wir bekommen? Eisen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Können wir hier irgendwas verkaufen? Boah, das bringt ja... Naja, okay. Hilft wenigstens ein bisschen. Man, ich muss meine Bilanz verbessern. Hm, wie sieht's hier unten aus? Das Ding kann ich wegholzen anscheinend. So. Hätte ich anders bauen müssen. Aber jetzt alles wegholzen, wäre auch wieder blöd. Wir brauchen noch mehr Häuser. Wir brauchen noch mehr Bewohner. Damit das Ganze hier klappt. So, wie ich's haben will. Ah, schon wieder nicht genügend Baumaterial. Und hier noch einer. Gibt's noch nicht. So wenig Flasche nur. Na gut. Was? Wo? Na endlich. Wir müssen hier ein bisschen die Steuern erhöhen. Sorry, mein Freund. Okay, okay, okay. Wir sind immer noch kritisch. Aber wir sind schon mal bei 200. Jetzt müssen wir eine weitere Häuserreihe bauen. Fangen wir mal an. Wie bauen wir die am besten? Ne. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wir müssen Häuser bauen. Ah, wir haben aber keine Bauzellen. Wir brauchen verdammte Bauzellen. Und schon gehen uns wieder die Bauzellen aus. Hm. Denken wir mal nach. Bauzellen. Obwohl, die sind eigentlich alle ziemlich gut in Betrieb. 3-3. Energie ist gerade auch noch relativ okay. Bauzellen kaufen. Naja, habe ich eine andere Wahl. Dann gehen wir eben... Oder obwohl, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Und dann widmen wir uns dem Zucker. Dem Zucker und dem Kaffee. Was können wir verkaufen? Wir könnten... Wir könnten ein bisschen Tee verkaufen. Wir könnten auch... ...ein bisschen Fisch verkaufen. Und... Wir könnten ungenießbaren Fisch verkaufen. Vielleicht kann man den ja irgendwie... ...verticken. Und so ein bisschen Öl. Das brauchen wir im Grunde gerade nicht. Und dann gehen wir mal hier oben... ...zu unserem Amigo. So, kauft ihr uns den ab? Ja, Tatsache. Ja, dann... Dann nimm mal. Und hilf mir. Oh, ich brauche ja noch Bauzellen. Bauzellen, Bauzellen. Ich brauche Bauzellen, mein Freund. Und zwar alle. So, Zucker und... Ich muss mich dann wieder organisatorischen Dingen widmen. Kaffee. Ah, hier habe ich voll den Murks gebaut. Ach. Nervt mich jetzt ein bisschen. Wie baue ich denn hier am besten? Hören wir mal nach. Ich hätte hier... ...Straße hochbauen sollen. Und dann, okay. Vielleicht baue ich das gleich nochmal schnell um. Jetzt kümmere ich mich erstmal ums Bauen. So. Holen wir die Hacke raus. Einen Augenblick. Wir bauen nochmal kurz um. Keine Sorge, Bürger. Eure Wohnungen kommen wieder. So. So, dann mache ich hier eine Straße und mache hier den nächsten Zweierblock. Moment. Jetzt muss ich hier nur noch die Straße hin machen. Und dann kommt wieder ein bisschen Straße hin. Und jetzt habe ich das richtig gebaut. So müsste es eigentlich funktionieren. Na also. So, was brauchen wir noch, damit sich die Leute hier gut fühlen? Wir haben Musik. Wir brauchen... ...einen Bildungskluster. ...stellt die Bedürfnis nach Informationen. Was haben wir denn hier noch? Verbessert die Ökobilanz. Kostet zwei Energie. Und hier haben wir noch was, wo Energie macht. Krass. Na so war es doch richtig gut. Schauen wir uns das gerade mal an. Wo treffe ich denn am meisten auf Bevölkerung? Hä? Hätte ich das früher gewusst. Ja, man lernt irgendwie nie aus in Arno. Ah. Wo baue ich das am besten hin? Ich könnte es hier hin bauen. Jetzt haben wir auch mehr Energie. Ich habe doch gesagt, wir kriegen das hin. Okay. Super. Richtig cool. Und jetzt müssen wir nur noch hier... Moment. Das Ganze verbinden. Dann bin ich hier auch schon wieder voll. Spiel gespeichert. Ach, komm. So. Okay. Die Bilanz. Schauen wir mal hier rein. Ob alle Bedürfnisse gedeckt sind. Wir haben genügend Tee. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Hier unten. Ah, ich sehe schon. Da fehlt ein kleines Stück Straße. Ja, jetzt. Okay, dieses Ding ist super. Es liefert Energie, auch wenn ich... ...hier noch mehr Häuser bräuchte. Weil dazu bräuchte ich dann wieder ein... ...Stadtzentrum. ...